Herzlich Willkommen zu einem neuen Skywars Video, mal wieder auf Mondopia und ja jetzt spielen wir einfach mal ein paar Runden, nicht mit irgendeinem bestimmten Kit oder so, einfach mal ein paar Runden. So, da haben wir gute Sachen bekommen jetzt aus der Kiste. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Ja, jetzt haben wir komplette Rüstung. Ziemlich guter Start, würde ich sagen. So, jetzt haben wir außerdem Enderperlen, vier Stück sogar. Das heißt, wir können jetzt erstmal eine Menge Gegner sogar ausschalten. Die Map habe ich noch nie gespielt. Ich habe auch keine Ahnung, was so in der Mitte alles ist und so. So, da haben wir den erstmal gekillt, dank der Enderperlen. So, wen holen wir uns als nächstes? Der hat doch auch schöne Sachen. Zu denen sagen wir sicherlich nicht nein. So, da haben wir ihn. GG aber. Er ist noch gut zurückgegangen, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, jetzt haben wir ziemlich starke Rüstung. Jo, da oben ist keiner gut. Was brauchen wir noch? Das ist schon mal gut. Haben immer noch zwei Enderperlen. Stärke haben wir auch noch. Das ist schon vorbei. Die Auflösung war schon. Und am Video steht, wer gewonnen hat. So, wo ist noch ein Spieler? Jetzt gehen wir mal in die Mitte. Ja, der muss ja mal... Kann ich mir jetzt nicht erklären. So. Oh, das ist... Natürlich haben wir eine Spitzhacke bei. Da können wir schnell hier durch. Okay, ist jemand in der Mitte? Nee. Es ist niemand hier. Wir sind hier alleine. Es ist eben auch noch eine Handvoll Spieler. Niemand hier? Doch, da. Nein! Wir haben ihn besiegt. Glück hat. Heiltränke brauchen wir. Stärker Trank. Heiltrank. Gut. Wir leben noch. Bessere Schuhe. Ich habe einen Trank. Nee, das war meine Arme. Ich dachte jetzt schon, da ist ein Trank geflogen. Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Ich werde jetzt auch nicht so gute Sachen hier zurücklassen. Wir können mit Lava hier alles... Ein bisschen mit Lava überfluten, würde ich mal sagen. Da ich hier nicht gerne den anderen Leuten da mit Creepern, können wir ja alles wegsprengen. Jo, das machen wir mal schnell. Außerdem haben wir noch zwei Gegner. So, jetzt setzen wir erstmal... Ah, da vorne ist jemand. GG. Das heißt, wir haben noch einen Gegner. Der Ende ist runtergefallen oder gesprungen. Okay. Okay, okay. So. Wo ist der Letzte? Ist er da hinten in dem Schuh? Bitte nicht campen, Leute. Ist er in dem? Wo bist du? Wo ist er denn? Ist er da vielleicht? Ah, da. Aua. Er hat mich getroffen. Gut gemacht, Junge. Trotzdem wirst du wahrscheinlich sterben, denke ich. Habe ich so das Gefühl, so... Vielleicht könnten wir uns... Die Rüge jetzt auch einfach mit der Enderpelle rüberwerfen. Hopp. Hauen wir den Eier mit der Angel. Oh, er hat nicht getroffen. Er sieht unsere Enderpellen. Das war vielleicht nicht so gut von mir, als ich es ihm gezeigt habe. Okay, Speed ist weg. Ohne Speed gehe ich nicht in den Kampf. Speed hat man ziemlich einen Vorteil und ich werde auch nicht an dieser schmalen Stelle gegen ihn kämpfen wollen. Ja, Freundchen, sowas habe ich auch. Okay, ich will nicht an dieser schmalen Stelle gegen ihn kämpfen. Und damit haben wir gewonnen. Okay, bis gleich in der nächsten Runde. Da sind wir auch schon in der zweiten Runde Skywars. Und ja, guter Start eigentlich. Gute Sache, muss man sagen. Okay, den holen wir uns als erstes. Und schreibt mal in die Kommentare, wie oft Skywars-Videos kommen sollen. Und ob die halt nur auf Mondopier kommen sollen. Oder auch von anderen Servern, wie zum Beispiel Crafted oder so. Schreibt mal in die Kommentare. Okay, wir haben nur ein Holzschwert. Okay, wir trinken mal heimlich unseren Stärke-Trank. Okay, gucken wir mal, wer jetzt gewinnt. Will der mich runterschubsen? Wieso haust du nicht? Du hast ein Schwert, Junge. Warum hat der nicht sein Schwert benutzt? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Okay, wollen wir in die Mitte gehen? Ja, würde ich mal sagen jetzt. Wir gehen mal in... Ah, der Typ da. Willst vielleicht zu uns rüber. Die bauen sich ja alle irgendwie hoch, aber keiner geht zur Mitte. Naja, ich hab auch nicht die besten Sachen, muss man sagen. Ich hab nur Holzschwerter. Ich hab ziemlich viel Feile. Nicht mich abschießen, so. So. Uh. Das ist doch was Schönes. Mit ne Hose. Naja, gut. Ich brauche jetzt ein besseres Schwert, ne Hose. Ne schöne Hose. Sehr gut. Gut gerüstet sind wir jetzt. Jetzt können wir uns ein Dia-Schwert auch gleich craften. Ja, das ist schon mal gut. Ich hab Angst, dass jetzt jemand mit Stärke von hinten kommt. Weil der müsste wirklich zwei Stege machen, wenn ich weg. Wenn der Stärke zwei hat. Und ja, das ist dann immer nicht ganz so schön. Wir sind fast Full Dia. Das Einzige, was uns jetzt noch passieren kann, ist, dass wir runterfallen. Aber so ein Tod gibt's eigentlich oft bei Skywars. Deswegen, runterfallen ist wirklich gefährlich. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt halt. Okay. Jo, holen wir uns den da. Oder vielleicht jemand. Die beiden sind auch interessant. Ja, wir holen uns den. Obwohl, ich weiß nicht, ob die da vielleicht irgendeine Sprengung durchführen, dass sie mich mit da oben kämpfen. So viele in der Richtung. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Speed Trank. Und rein da. Okay. Oh, die Team. Haben die was zum Runterschubsen? Ich hab ein bisschen Angst. Okay, kommt doch. Was soll das denn werden? Das muss man wirklich wenn kurz Feuer machen. Und Angriff! Wir haben jetzt keinen großen Vorteil eigentlich. Wir blocken hinten mal lieber, weil... Na gut, wir haben's geschafft. Wir sind full dia. Einfach mal. Geil. Okay, trinken wir mal Regeneration. So. Auch ne gute Runde. Jetzt haben wir noch einen Gegner. Wir sind Finale. Aber gegen einen eigentlich gar nicht so schlechten Spieler. Den Fabian Falk. Wir könnten ihn jetzt runterschubsen. Ah, wollen wir nicht. Wäre ein bisschen unfair, oder? Ich weiß nicht. Da weiß ich nicht. Soll man den jetzt runterschubsen? Oder nicht? Ne, ich schubs ihn mal lieber nicht runter. Wenn der mich jetzt runterschubsen, dann fange ich ja zu heulen. So, bitte nicht. Nicht schubsen. Okay, er will, wenn er so was auf mich wirft. Tio! Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Okay, gut. So, jetzt bauen wir uns hin. Wir wollen ja auch was, dass er nicht runterfällt. Ich weiß ja nicht, warum er dann beim Fall erstmal den Halbstep setzt. Nicht runterfallen. Okay. Hat er auch was zum Schubsen? Ne, ich glaube nicht. Wir haben keine Stärke mehr. Ich glaube, er hatte noch Stärke. Die Spam ihn jetzt mal tot. Was ist drauf da? Ja, GG aber. Okay. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der dritten Runde. Bis, ciao, bis dahin. Ciao, ciao. Da sind wir nun auch schon in der dritten und letzten Runde angekommen. Und mal sehen, wie diese Runde wird. Ja, da haben wir schon mal gute Sachen bekommen. Mit den Sachen kann man auch gewinnen. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem werden. Yo. Das geht wirklich. Das geht gut, klar. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. Einen Bogen haben wir auch einfach mal vier Pfeile. Die Frage ist, gehen wir als erstes in die Mitte oder killen wir als erstes jemanden? Ja, ich will mit meinen Enderpan töne ich mich nur selbst. Deswegen gehe ich lieber erstmal in die Mitte. Yo. Oh Mann, da wurde schon jemand runtergeschubst. Der Arme. Am Anfang runterzuschubsen ist nicht gut. Ist echt nicht nett. Jetzt müsst ihr euch immer überlegen, ob das gut von euch ist. Okay. Der, der will sterben. Ich habe Stärke 2, das ist ein bisschen lau vielleicht auch. Vielleicht auch nicht. Weil eigentlich nehmen alle Stärke. Von daher, da geht es halt darum, wenn man Stärke hat, gegen das erstes zu treffen. Da ist eigentlich der, der als erstes trifft. Der hier winnt dann auch meistens den Kampf. Was soll das? War der das? Der hat eigentlich... Der ist gewagt, mich mit so einem Scheiß abzuwerfen. Ich sag euch, der ist ein Run-Hit. Hä? Ja, ich hab mich getroffen. Der hat mich mit Schneeballen abgeworfen. Sie müssen ja sterben. Ist ja ganz klar. Ich hab Angst, ich hör grad. So. Ah, er baut sich nach da. Da müssen wir... Dann wird der wahrscheinlich gleich herkommen. Hm. Ja. Dann können wir eigentlich theoretisch schon mal hingehen, würde ich sagen. Okay, Freundchen. Ich werfe ihn mal lieber mit Schwäche auf. Ab. Auf. Ich werfe ihn mit Schwäche auf. Sehr logisch. Klapp. Ah, ich brenne auch. Wieso brennt er denn nicht, wenn er da reinläuft? Das muss er denn nicht verstehen. Er läuft in die Lava und ich brenne. Keine Ahnung. Nein, ich will die Heidränke. Okay. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Good luck. Und ja. Mal gucken. Das hat einen alten Creeper. Er will mich mit einem Creeper killen. So. Pass auf, nicht runterfallen. Ich finde, er wird jetzt mal ein bisschen TNT vielleicht auf ihn zünden. Auch wenn er sich auch hochbaut, dann ist das nicht so gut. Weil natürlich, ich wollte eigentlich ein bisschen mit TNT spielen. Nicht runterfallen. Ach, Mann. Egal. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Warum brennt denn der? Der ist selbst runtergegangen. Das war jetzt nicht meine Schuld. Okay. Lasst auf jeden Fall meine Bewertung da, wie ihr das Video fandet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Ciao.